Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steffen Groß. Ich bin Rechtsanwalt, Gesellschafter und Geschäftsführer der Großrechtsanwaltsgesellschaft MbH. Heute geht es zum Thema Elektromobilität. Teil 1. Wir haben das Ganze in zwei Teile aufgegliedert. Warum beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Elektromobilität? Letztendlich geht es um den Klimaschutz. Das ist ein EU-weites, letztendlich auch weltweites Ziel und es geht um eine Reduktion des Kondioxidausstoßes. Ein Baustein dabei ist eben auch die Förderung der Elektromobilität.